Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es im Grundgesetz. Da mir meine Würde jetzt schon wichtig ist, möchte ich, dass ihr sie bewahrt, wenn ich alt bin und selber nicht mehr darauf Acht geben kann. Die Reichen sind vielleicht versorgt, aber kaum jemand von den Ärmeren hat fürs Alter vorgesorgt. Viele andere befinden sich in einer desolaten Situation, leben einsam und sozusagen im Dreck. Oft genug gucken gerade junge Leute einfach weg. Es kann nicht sein, dass ein hilfloser Mensch würdelos dahin sieht wie ein nutzloses Objekt. Ihre Ängste nehmen zu, sie gehen nicht mehr so gern aus dem Haus, sie werden gleichsam eingesperrt. Wie rede ich mit ihm? Wie kann ich ihm helfen? Einfach mal klingeln nebenan und fragen, wie es so geht. Hinhorchen, was einem zugeflüstert wird. Helfen wir den älteren Menschen, helfen wir gleichzeitig uns selbst. Nur wenn sich die Menschen zusammentun, kann das Gefühl gestärkt werden, dass wir alle im selben Boot sitzen. Mit Augen zu und weggucken geht das nicht, daher Aktion Augen auf. Schöpfel